Was glaubt man, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Kanal, wo wie immer nur die wunderschönsten Menschen der Welt zusehen, Freunde. Ich habe heute eine Premiere von einem Format hier, was ich schon seit längerem geplant habe oder überlegt hatte, auch zu machen. Bei weitem ist das nicht meine Idee, gefühlt jeder dritte YouTuber hat das schon gemacht, aber meine Version ist bestimmt auf jeden Fall mit am meisten inspiriert von der von OneFootball, deswegen Shoutouts gehen raus an die, ich werde die auch in die Beschreibung packen. Aber an sich machen wir einfach eine Tierlist. Und zwar geht es heute darum, für jeden, der nicht weiß, was eine Tierlist ist, ich habe mir alle, nicht alle, aber die meisten Bekannten, die ich zumindest kenne, wo ich schon mehr als einen Song von gehört habe, von deutschen Rapperinnen rausgesucht und werde die ranken. Also ich möchte gar nicht mehr in Zukunft eigentlich so krass zwischen Rapper und Rapperin differenzieren. Deutschrap ist Deutschrap, aber es wäre sonst viel zu schwierig, irgendwie so ein bisschen zu ranken, wen ich nice finde, wo ich ein bisschen was zu sagen kann, wo ich irgendwie Potenzial sehe für die Zukunft, Newcomer zu ranken oder so. Deswegen heute die Female Edition, wir werden auch noch eine Male Edition machen, da wird es halt noch schwieriger, weil es dann noch mehr gibt, müssen wir dann nochmal unterteilen irgendwie. Aber ich finde es voll cool, sie zu ranken und das ist ganz wichtig, das ist nur meine persönliche Meinung und es geht gar nicht darum, jemanden schlecht zu reden. Ich werde immer auch gut begründen, hey, ich mag den Style einfach nicht von ihr oder das und das oder von ihr habe ich mehr gehört oder da bin ich einfach Fan. Und ich möchte hier einfach die Chance nutzen, so ein bisschen darüber zu reden und ich finde es einfach nice, ja, keine Ahnung, über den Stuff zu reden, der mich gerade beschäftigt, den ich gerade selber nice finde. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Schreibt mir gerne euer Ranking mit in die Kommentare, schreibt mal rein, was ihr von diesem Format an sich haltet. Ja, nein, vielleicht öfter machen. Ich habe voll Lust, nämlich einfach so ein paar Talk-Sachen mehr zu machen, weil das voll entspannt irgendwie ist. Deswegen, ihr seht schon, das Video ist wahrscheinlich ein bisschen länger. Holt euch irgendwas zu trinken, was zu essen und lehnt euch zurück und genießt jetzt hier mein Ranking. Ich werde euch zwischendurch immer einblenden. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien, wo wir die Rapperin drin eintragen werden. Es fängt an oben bei S, dann haben wir A, B, C, D, E und S ist das Beste. S-Tier und E ist eben die niedrigste Kategorie. Und genau, ich habe mir die Rapperin rausgesucht. Ich weiß gar nicht, wie viele wir in der Zahl haben. Ich glaube, es sind so 10, 12 Stück. Und dann werde ich immer ein bisschen was auch zu sagen und dann gucken, wo ich sie einranken werde. Ich bin selber gespannt. Ich habe nichts vorbereitet, nur die Bilder der Rapperin rausgesucht und ansonsten aber noch nicht wirklich irgendwas gemacht. Wir haben alte Hasen dabei, die ganzen neuen mit dabei und ich glaube, es wird extrem cool, da ein bisschen zu quatschen. Wenn ich jemand ein ganz wichtiges vergessen haben sollte, dann schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, wer ist jetzt Rapperin und wer Musikerin eher. Deswegen kann man sich da auch drüber schreiten, bei der einen oder anderen bestimmt. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mehr quatschen, fangen wir gerne an. Und schreibt mir in die Kommentare rein, was für andere Sachen ich noch ranken soll, wo ihr vielleicht meine Meinung hören wollt. Ich bin jetzt aber gespannt. Wir fangen einfach mal an bei jemanden einfachen. Ich würde sagen, wir fangen an bei Bad Moms J. Ich denke, ihr wisst alle, ich bin schon ein ziemlich großer Bad Moms J Fan. Ich weiß gar nicht, ich habe sie relativ früh sogar entdeckt, kurz nachdem Zirkus rauskam. Also ich denke, viele von euch haben sie bei Papi mit Monet zusammen wahrscheinlich entdeckt. Der Song ist noch an mir vorbeigegangen. Aber bei ihrer Debüt-Solo-Single quasi, ihrem ersten richtigen alleinstehenden Song Zirkus, da habe ich sie für mich entdeckt. Da war ich kurz nach dem Release, zwei Monate nach dem Release oder so, war ich in Berlin. Da war die Premiere von Sonic, die Deutschland-Premiere von Sonic in Berlin. Und da war ich dann spontan mit dabei, weil ich war an dem Tag sowieso in Berlin für irgendeinen Dreh. Und dann habe ich mich mit Ju irgendwie connected. Ob ich da nicht vorbeikommen soll, wäre doch ganz cool, mal wieder zu quatschen und sich zu sehen. Und dann war ich da tatsächlich auf der Premiere und danach waren wir alle noch was zusammen essen. Da war Ju nicht mehr dabei, da war dann Dan Angie dabei, glaube ich. Da war Marty Fischer dabei, da war Sebastian Kluge, falls ihn jemand kennt, Myko Rosig. Solche Leute waren irgendwie mit am Start. Auf jeden Fall waren wir dann essen und Marty Fischer hat den Joker gespielt in dem Zirkus-Video von Bad Moms J. Und da habe ich mit ihm kurz drüber gequatscht, weil ich seine Performance da sehr nice fand. Und das war ganz cool, mit ihm so ein bisschen darüber zu quatschen, wie das so vor Ort der Dreh ablief. Und er war auch so, ey, Bro, die ist mega jung und er sieht so voll das Potenzial darin irgendwie. Und da habe ich sie das allererste Mal entdeckt. Da war ich geflasht von Zirkus direkt, weil ich den Stil so nice fand von Englisch und Deutsch. Und dann habe ich Jay Jiggy, anderer YouTuber, macht auch Reaction-Videos und ist selber ein Rapper. Habe ich auf Instagram, glaube ich, eine Voicemail geschickt und meinte, ey Digga, falls du sie noch nicht kennst. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich habe so lange gestruggelt mit dem Namen, wie immer. Ihr kennt mich und Namen, das passt nicht so gut zusammen. Und meinte, ey Digga, hier, schau vorbei, gönn sie dir. Er hat sich sie dann auch im Stream angesehen und war beim ersten Track gar nicht so abgeneigt, glaube ich. Ein paar Sachen fand ich nicht so nice, aber ich war dann direkt hooked nach dem ersten Song. Und habe es dann, ja, könnt ihr auf YouTube ja nachverfolgen, seitdem auch zu jedem Track, glaube ich, bis auf ein, zwei von der EP, doch von der 18 EP, habe ich immer eine Reaction gemacht und war seitdem sehr, sehr gehuckt. Ja, was soll ich sagen? Also, ich würde sie tatsächlich, also es ist natürlich schwierig, weil sie natürlich bei weitem noch nicht so lange dabei ist wie andere. Sie hat jetzt, Newcomer kann man auch nicht mehr sagen fast schon, aber sie ist natürlich eher ein bisschen neuer dabei. Aber es geht jetzt so um meine, ich würde sagen, Deutschrap-Frauen-Aushängeschilder. Und wen ich wirklich am allerbesten finde, und da gehört Bad Moms J für mich ins S-Tier, ins oberste Tier rein. Also, ich habe überlegt, ob A, aber ich denke mir so, nee, also was soll denn da, also ich bin Fan, ich liebe die Tracks so, ich liebe die Entwicklung, natürlich sind auch Sachen dabei, die ich manchmal nicht so nice finde. Aber ich höre ihr gerne zu, ich mag ihre Personality, ich gucke mir gerne Interviews von ihr an. Und ey, ich finde Rap-Skill-Technisch hat sie sich schon krass entwickelt und man sieht, dass dann auch ein bisschen Luft nach oben und hier und da ist. Aber ich, gerade beim letzten Album hat man gemerkt, wie krass sie sich ausprobiert, was ich nice finde. Die Features gefallen mir immer besser, was ich auch cool finde, dass sie da ein bisschen mehr macht. Und ey, sie ist, wenn ich an so Deutschrap denke, an Deutschrap-Frauen denke, dann ist sie einfach mit das Aushängeschild mittlerweile. Deswegen Bad Moms J auf jeden Fall oben im S-Tier. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe sie jetzt auch persönlich kennengelernt auf der Release-Party von ihrem Album. Und sie ist super korrekt, super nett. Und ja, deswegen für mich ganz klar ins S-Tier Bad Moms J, der erste im S-Tier. Okay, so, dann gehen wir weiter zu, ich würde sagen, wir machen als nächstes mal Celine. Bei Celine war ich mir auch kind of unsicher, soll ich sie als Musikerin, Rapperin einordnen. Ich habe sie jetzt allein aufgrund von Emotions 2.0 mit Ufo zusammen jetzt ins Rap-Ding mit reingenommen. Aber auch ihr Album, ich weiß leider nicht mehr genau, Instinct heißt das Album auch Instinct oder war das nur der Track? Ich weiß es nicht genau. Aber auch aufgrund ihres Albums, da sind sehr, sehr viele Rap-Elemente drin und deswegen für mich jetzt hier als Rapperin. Von Celine habe ich noch nicht allzu viel gehört. Wir werden da auf jeden Fall noch eine Album-Reaction machen. Ich habe eher die bekannteren Tracks jetzt gehört. Natürlich Emotions 2.0 mit Ufo, wodurch sie auch der Breitenmasse bekannt geworden ist. Dann Blue Jeans finde ich ultra stark, muss ich sagen. Wenn ich will, das war so der, ich glaube, Wenn ich will, war der erste Song, den ich von ihr gehört habe. Oder Was machst du das, Celine? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber Was machst du das? Celine war der erste Track, genau. Und ich fand ihre Stimmlage da schon sehr interessant. Sie hat so eine sehr eigene Art, finde ich. Es geht hier und da sehr in die musikalische Richtung, was ich aber cool finde. Und sie hat diese sehr raue, kratzige, rauchige Stimme manchmal, was gerade in der Kombi mit Ufo zum Beispiel gut funktioniert hat. Ja, wie gesagt, ich muss sagen, ich habe ansonsten, ich habe vielleicht 5, 6 Songs von ihr gehört. Viel zu wenig leider, um jetzt hier eine richtig gute, krass fundierte Meinung abgeben zu können. Aber ich hoffe, dass mehr kommt. Der letzte Release ist, glaube ich, ein bisschen her. Ich glaube, 2020 war das Album und danach war es erstmal still, soweit ich weiß. Also jetzt anderthalb Jahre oder ein bisschen länger schon fast nichts mehr gekommen. Ich hoffe, dass einiges in der Mache. Ich finde sie super interessant. Ich hoffe, dass noch mehr kommt und dass wir demnächst auch eine Album-Promo-Phase vielleicht bekommen direkt. Ich würde sie erst einmal jetzt, weil sie ist auch noch relativ frisch. Ich habe noch nicht so viel von ihr gehört. Und sie ist jetzt noch nicht so, sie hat nicht diesen Bam-Effekt, den jetzt vielleicht eine Bad Moms J auf mich hatte. Würde ich sie erstmal bei, ich würde sagen, bei B einordnen. Bei B. B ist schon relativ hoch, würde ich sagen. Sie ist noch nicht allzu lange dabei. Natürlich Jordi auch noch nicht ansatzweise. Ich glaube, diese haben beide relativ zeitgleich sogar angefangen. Ich freue mich auf mehr. So viel kann ich sagen. Und ich mag ihre Stierrichtung. Ich habe auch ein, zwei Tracks gehört, die mir nicht ganz so zugesagt haben. Die mir irgendwie ein bisschen zu langsam waren. Aber ich hoffe, dass noch mehr kommt. Und wenn noch mehr kommt, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was es sein wird. Und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Denn die Sachen, die hier und da für mich schon meinen Geschmack getroffen haben, da habe ich mir schon gedacht, ey, noch mehr in diese Richtung wäre auf jeden Fall nice. Sowas wie Blue Jeans zum Beispiel, was direkt ein Ohrwurm war. Also so Ohrwurm-Sachen kann sie sehr, sehr gut. Da bin ich gespannt. Da freue ich mich drauf. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Celine kommt ins B-Tier. So, dann haben wir als nächstes, fangen wir an mit, let's say, Sixten. Und zwar Nura. Sixten an sich habe ich jetzt nicht mehr mit reingenommen, sondern Nura und Juju allein. By the way, Nura, ich kann sehr, 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 sehr doll empfehlen. Ähm, die Discounter auf Amazon Prime. Amazon Prime, die Discounter, äh, ist so eine, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber so eine Fake-Doku, wie heißt denn das? Ähm, Pokumentary oder so? Ich glaube, irgendwie so. Auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen. Eine sehr gute Serie. Ist so eine, ähm, teilweise improvisierte Comedy-Serie. So ein bisschen, ähm, ja, also am ehesten so irgendwie Office, Stromberg kann man das vergleichen. Äh, natürlich will ich es nicht auf einen Level heben, aber es hat ein, finde ich, einen sehr coolen Humor und Nura spielt mit. Ähm, kann ich das gerne. Wenn ihr Amazon Prime habt, schaut doch mal ein, zwei Folgen rein. Äh, habe ich in einem Stück geguckt. War ganz cool auf jeden Fall. Dann, äh, Nura. Also, ich muss sagen, ich war nie so der krasse Sixten-Hörer, Sixten-Fan. Ich habe so nur Bonk-Zimmer von Party zu Party oder so. Das waren die einzigen Songs, die ich wirklich kannte. Äh, und habe dann aber auch Sixten nie so wirklich verfolgt. Erst nach der Trennung habe ich dann bei beiden mal reingehört. Und, ähm, bei Nura kann ich sagen, bin ich nie so wirklich warm geworden, leider. Also, es gibt so ein, zwei Songs, die ich gerne mag. Dieser, ich weiß leider nicht genau, wie der heißt, aber der sehr, der auch viral gegangene politische Song geht, fand ich stark. Der neue. Ähm, und verliebt in einen Gangster 2 mit 18 Karat zusammen. Sehr, sehr strong. Ultra coole Hook. Ähm, direkter Ohrwurm. Aber ansonsten bin ich leider nie so super warm geworden mit ihren Songs. Äh, gerade weil mir ihre Stimme meistens nicht so gut gefallen hat. Also, da waren mir zu viele Effekte drauf, zu viel Autotune und hat mich auch ansonsten vom Flow her, vom Vibe her nicht so super gecatcht. Was ich schade fand, weil Nura war natürlich so ein Name, den man kennt einfach und ich finde sie auch in Interviews und sonst so super sympathisch, was natürlich jetzt gar nichts damit zu tun hat, wie ich sie raptechnisch finde. Aber, ähm, ja, fand ich einfach schade, weil, weil, keine Ahnung, bei Sixten, wie gesagt, habe ich nie so wirklich reingehört, aber, ähm, fand ich den irgendwie ein bisschen schade. Aber ich sehe, dass sie trotzdem erfolgreich ist. Äh, die anderen, ähm, Sixten-Fans oder andere, äh, die vielleicht einen anderen Geschmack haben, feiern sie auf jeden Fall, was mich freut. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis ein, zwei Leute, die, ähm, immer noch, äh, die die neuesten Sachen von Nura immer abchecken und darauf gehypt sind. Ähm, ich kann gerne auch mal neuere Sachen wieder reinhören. Habe ich jetzt auch eine Zeit lang nicht gemacht, muss ich sagen. Zuletzt halt, als das neue Album rausgekommen ist, ein bisschen. Ähm, aber auch nicht so, so richtig tief, ähm, aber ist all in all nicht so mein Geschmack, muss ich sagen. Hier und da mal ein, zwei Songs dabei für mich, aber all in all nicht so super mein Geschmack und, wie gesagt, es geht jetzt hier nur um meinen Personal Taste und deswegen würde ich Nura für meinen persönlichen, äh, Geschmack in D packen. Wie gesagt, gar nicht Disrespect gemeint, ähm, wenn es nicht mein Geschmack ist, wenn mir ihre Stimme und die Art und Weise nicht so super gefallen, dann bewertet es jetzt halt so. Also es ist gar nicht, dass ich ihre Rap-Skill absprechen möchte oder whatever. Ähm, aber es ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack so wirklich. Ich, wie gesagt, ich werde mit der, wie die Lieder aufgebaut sind, nicht so warm und ich werde mit ihrer Stimmlage in den allermeisten Fällen nicht warm. Ähm, ein, zwei Songs auf jeden Fall dabei, wie gesagt, die mir gefallen, aber all in all würde ich Nura eher in D einordnen. Wobei D, na doch, doch, schon D, weil ich höre sie eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich höre nur verliebt in einen Gangsters in meiner Playlist. Sonst nichts von ihr, deswegen kommt Nura für mich in D. So, dann, ey, ich sehe jetzt schon den Hatecom, ich sehe jetzt schon den Hatecom. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall eure, ähm, Einordnung zwischendurch auch gerne in die Kommentare. Dann, als nächstes haben wir Rote Mütze Raffi. Rote Mütze Raffi ist eine Newcomerin, kennt viele von euch vielleicht noch nicht, aber eigentlich schon ein paar. Ähm, hatte, äh, einige Pits, wie zum Beispiel Au Revoir, ähm, dann, äh, C'est La Vie, ähm, dann Nur Light, das neueste, der neueste Track, der mir unfassbar gut gefällt. Ähm, sie hat, ähm, mit, ah, fuck, wie heißt die Band von, ähm, Peter Fox? Ist Peter Fox die Band? Oder die Person? Ich glaube, Peter Fox ist die Band tatsächlich, oder? Nee, mit Seed, genau, Seed. Ähm, mit Seed ein Song zusammen, was krass ist. Ähm, und ja, ist noch relativ jung, ich glaube, so alt wie ich ungefähr, 1920, irgendwie so, ich glaube, 1920 ist sie. Und, äh, ja, ansonsten, Rote Mütze Raffi, sie hat immer eine rote Mütze auf, eine rote Cap, eine rotes Beanie, whatever. Äh, und, äh, finde ich sehr, sehr interessanten Namen. Ich bin, äh, auf sie aufmerksam geworden durch, äh, C'est La Vie, glaube ich. Durch C'est La Vie, der wurde mir auf YouTube vorgeschlagen oder auf TikTok, eins von beiden. Ähm, und davon nicht ihre Stimme. Sie hat auch eine sehr kratzige, rauchige Stimme und eine sehr einzigartige Stimme. Äh, dadurch ist sie mir aufgefallen und im Kopf geblieben und natürlich auch, ey, super Marketing-Ding, Rote Mütze Raffi, immer was rotes auf dem Kopf. Bam, da weiß man direkt, wer es ist. Ähm, und seitdem habe ich auch, glaube ich, jeden Song gehört. Es ist noch keine EP, noch kein Album draußen. Ist in der Mache, hoffe ich. Aber bis jetzt kamen nur Singles, Single nach Single nach Single. Ähm, also noch nichts krass Großes bis jetzt. Ähm, sie ist auch, glaube ich, mit die kleinste, die wir hier drin haben in der ganzen Liste. Also vom Bekanntheitsgrad von den Streaming-Zahlen her und, äh, von dem Song-Output auch. Wir haben eine Handvoll von Songs nur bis jetzt. Äh, hier und da zeigt sie aber mal auf TikTok und Instagram eine kleine Hörprobe. Ähm, und ich finde sie super interessant. Also ich hoffe wirklich, weil das braucht sie. Sie braucht jetzt langsam, ähm, irgendwie was Handfestes. Eine, eine richtige Promo-Phase, eine EP. Also ich würde sagen, Album ist vielleicht noch zu groß jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt. Aber eine EP würde ich sehr, sehr fühlen. Also sie gibt sehr viele Interviews schon. Sie ist, äh, im Fernsehen auch hier und da zu sehen. Irgendwie lokales Fernsehen oder so. Ähm, im Radio hier und da gewesen. Aber, bei das Ding und SWR und so war sie. Aber ich glaube, so langsam was geregeltes wäre gut. Irgendwie eine EP würde ich sehr fühlen und würde mich sehr freuen. Damit wir a, mehr Songs haben, aber auch b, eine geregelte Promo-Phase, mehr Musikvideos. Und, ähm, dann irgendwie, ja, dass da mehr Leute aufmerksam drauf werden. Weil ich habe das Gefühl, sie ist hier und da noch so ein bisschen unter dem Radar leider. Ähm, was sie aber gar nicht nötig hat. Also ich hoffe, dass was in der Mache ist. Ich denke auch. Ähm, und würde sie jetzt erstmal, sie ist wie gesagt noch eine krasse Nühkamerin, die allerkleinste. Aber wenn sie es durchzieht und wenn es auf dem Niveau bleibt, wo ich denke und hoffe, dass es jetzt hingeht. Ähm, dann würde ich da schon, ja, wo soll ich sie reinpacken? Also S, A und B fast schon ausgeschlossen, weil, na, es ist schwierig. Wenn man jetzt nach, wenn man nach jetzigem Stand geht oder nach Potenzial. Nach Potenzial kann man eigentlich nicht gehen, sondern nach, ey, wie rund ist es jetzt? Wie gut ist es aktuell? Ähm, da würde ich sie zwischen B und C, schwanke ich aktuell. Boah, schwierig. Ich würde sie, ich würde sie, glaube ich, aktuell noch in C packen. Rote Mütze, Raffi, aktuell noch in C. Ähm, ja doch, ich würde sie aktuell noch in C packen. Nicht jeder Song gefällt mir super. Sie hat drei, vier Songs, die wirklich unfassbar sind. Nur Light, wie gesagt, der allerneueste. Wenn es in dieser Entwicklung weitergeht, dann bin ich da sehr, sehr gehypt. Äh, ich mag sie sehr gerne. Äh, sie kommt super sympathisch rüber. Aber aktuell fehlt mir so ein bisschen diese Struktur, dieses, natürlich kann man nicht erwarten, dass du direkt eine EP oder ein Album rausbringst oder so. Aber ich hoffe ehrlich, dass da, ähm, dass da in Zukunft was, was strukturiertes Geiles kommt. Ähm, aber so wie ich sehe, sie ist immer viel im Hin und Her von dem Zug, oft im Studio. Da ist viel an der Mache aktuell und, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, was noch kommen wird. Aber C finde ich fast immer ein bisschen, bisschen unfair, weil ich höre die Songs gerne. Ich habe drei, vier Songs sogar von ihr. Drei, vier Songs in, in meiner Playlist. Was machen wir? Machen wir vielleicht doch B. Doch, wir müssen B eigentlich machen. Packen wir sie in B. Komm, wir packen sie in B. Ja. Weil dafür höre ich sie zu oft, um zu sagen, ich packe sie in C. Eine Stufe von Nura. Und Nura höre ich so gut wie gar nicht wirklich. Deswegen würde ich sagen, packen wir sie in C. Ich würde sagen, wir packen sie, äh, wir packen sie in B. Packen sie in B mit Celine zusammen. Das passt ungefähr. Ich finde, Celine ist auf jeden Fall ein gutes Stück weiter als sie. Ähm, so, so, vom, vom Business-Character und vom, vom Rap-Technischen her auf jeden Fall. Aber ich würde sie, ich würde sie in B packen. Packen wir sie in B. Packen wir Rote mit Seraphie. Ähm, packen wir in B mit Celine zusammen. So, dann können wir hier schon mal Rote mit Seraphie wegpacken, Badmoms J wegpacken, Celine wegpacken. Und die, äh, Nura habe ich schon weggepackt. Okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich, sonst wird das hier echt ein bisschen zu lang. Fangen wir an oder machen wir weiter mit Lumara. Lumara, ähm, kennt vielleicht einige von euch nicht. Das, äh, äh, ist jemand, der hauptsächlich durchs JBB, JBC, äh, JCC und so bekannt ist. Ähm, also durch die Jules Blog-Formate. Oder was heißt bekannt, dass bekannter geworden ist. Äh, sie ist mit dem Asiaten zusammen, den vielleicht einige von euch kennen. Und, äh, sie hat, ähm, bei Sputnik, ähm, WDR ist das, glaube ich, eine eigene Radiosendung. Äh, sie macht einen Podcast, äh, Rapper la Papp heißt er, wo sie Rapper interviewt. Ähm, sie ist ansonsten auch als Moderatorin aktiv, glaube ich, und halt Rapperin. Ähm, ich mag sie sehr gerne. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ähm, sie hat, äh, mit dem Asiaten zusammen, aber auch alleine, ultra viele Songs mit einer sehr, sehr guten Message. Sie setzt sich sehr gegen Mobbing ein, für Gleichberechtigung, äh, und macht so, ja, klassischeren Rap, sag ich mal. Weniger musikalisch, äh, und mehr mit Message, mehr mit Inhalt, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, ich hab sie auch einmal kennengelernt bei einem, äh, bei einem Gig in Hamburg von ihr und dem Asiaten. Da waren sie auf Tour, da haben sie mich eingeladen, da war ich am Start. Äh, da haben wir am Ende noch gequatscht. Ähm, das war echt nice. Also, menschlich gesehen, äh, kann ich nur das Beste von ihr sagen. Ähm, und wie gesagt, ist hauptsächlich, glaube ich, bekannt, bekannter geworden zumindest, durch, ähm, was war denn das, J, war es das JCC dann, oder? Julians, oder JBC? Ich weiß es nicht genau. Äh, Julien, JMC, JMC war es, Julians Music Cypher. Ähm, da hat sie als eine der wenigen, äh, Frauen mitgemacht, was sehr, sehr interessant war. Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, aktuell als, äh, Moderatorin, ähm, Interviewerin, äh, hauptsächlich tätig, aber hat auch vor kurzem, äh, ich glaube, eine 82-Bar-Track veröffentlicht, auf die wir auch noch reagieren müssen, habe ich noch nicht gehört, kann Ihnen noch nichts zu sagen. Ähm, musikalisch gesehen, wie gesagt, ähm, ist es vom, vom Soundklang, äh, vom Soundbild her nicht 100% mein Geschmack, aber von der Message her auf jeden Fall. Also, alle ihre Songs haben irgendwie, die ich zumindest gehört habe, ähm, haben irgendwie eine Message, da ist was Handfestes, da ist was Eigenes. Sie erzählt eine Geschichte, sie hat einen Song für ihre Mama gemacht, den ich ultra süß fand, ultra emotional fand, ähm, und da ist immer was dahinter, das hat Charakter so, das ist nicht einfach so dieses 0815 Gelaber, ähm, sie hat ihren eigenen Style und da ist halt was dahinter, was ich immer sehr, sehr, sehr strong und sehr nice finde. Ähm, ähm, von, von meinem persönlichen Geschmack, ich höre sie gar nicht so oft, äh, weil ich halt eher auch diese poppigeren, melodischeren Sachen aktuell mehr fühle, aber, äh, ich werde sie auf gar keinen Fall, ähm, unter B packen können, einfach, äh, für, für ihre Personality und ihren, ich weiß nicht, also erstmal vom Rap-Skill auf jeden Fall her, aber auch, es würde sich falsch anfühlen, sie unter B zu packen, also nur, weil ich sie nicht so oft höre, und, ähm, wir müssen hier auf jeden Fall auch ein bisschen nach, nach, nach Rap-Skill gehen und so, wie, wie ich sie vom, wie heißt denn das, nicht charismatisch, sondern so von der Personality einfach irgendwie, ähm, einordne, deswegen würde ich sie entweder in B oder in A packen, aber eigentlich hat eine Lumara, finde ich, es ist schon fast verdient, in A zu sein, also, ob ich sie jetzt super oft höre oder nicht, sie ist so jemand, die hat so eine Aura an sich, ich, äh, schwierig, packen wir sie in B, packen wir sie in B und gehen safe, äh, weil ich höre sie nicht wirklich oft, aber, äh, wenn ich Bock auf so deepere Mucke habe, ähm, dann, dann ist da auf jeden Fall das öfteren Song von ihr dabei, und, ähm, sie ist echt schon lange dabei, äh, wie gesagt, sie macht jetzt, äh, einen Podcast, hat eine Radiosendung, äh, und ist eher auf diesem Vibe, ähm, aber ich würde sie dann in B packen, mit Raffi und Celine zusammen, ähm, weil es aktuell halt nicht mehr so 100% die Mucke ist, die ich höre, weil weniger Output von ihr kommt, aber sie hat sich ja auch ein bisschen umorientiert und macht jetzt so ein bisschen mehr Moderationsstuff. Packen wir sie in B mit rein, ich denke, damit können wir happy sein. B, Lumara. Dann gehen wir weiter, das Video wird ultra lang, man, I'm super sorry, gehen wir weiter mit Kitty Cat, Kitty Cat, ähm, jetzt kommen so ein bisschen auch die Älteren mit, ähm, rein, Kitty Cat habe ich, äh, wie in meiner Katja, äh, meine Katja, wie in meiner Shirin Reaction vielleicht einige gesehen, gehört haben, habe ich so gut wie gar nichts von gehört, also das ist so diese Akro Berlin Zeit, ähm, also ich kenne Strip für mich natürlich, und, ähm, das war's schon fast, also, das war's schon fast, mehr kenne ich fast gar nicht, ähm, jetzt natürlich eine neue Shirin Track, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, also ich habe hier und da natürlich mal was gehört, aber es hat mir nie wirklich gefallen, ähm, ich habe nie strukturiert irgendwas gehört oder mit, äh, im ruhigen Hinsitzen, Reaction machen oder so, ich war aber nie ein Fan von ihr, also ich, ich mochte sie nie so super krass, das weiß ich, als ich so in den Deutschrap geschlittert bin, haben mir diese älteren Sachen allgemein nicht so zugesagt, ähm, war ich da auch mehr so, ich habe mit Kollegen angefangen Rap zu hören, so, und dann haben wir so diese älteren Akro Berlin Sachen gar nicht so, war gar nicht mein Taste halt einfach so, ich bin direkt in eine andere Richtung geschlittert, und deswegen Kitty Cat für mich auch nie, nie Berührungspunkte wirklich gehabt, ich kann dazu nicht wirklich viel sagen, so, äh, ich weiß, sie ist ein riesiger Name und ich fand's super cool, dass Shirin sie mitgenommen hat, ähm, und ich fand den Track auch sehr stark, muss ich sagen, aber ich kann sie eigentlich nur in C packen, weil ich hab zu wenig von ihr gehört, um, äh, jetzt krass zu beurteilen, ähm, aber ich weiß, dass ich, wenn ich Berührungspunkte mit ihr hatte, das nicht so super mein Taste war, ich würd sie in C packen, ähm, ich fand den Song mit Shirin gut, aber ich hab zu wenig, um jetzt hier krass noch mehr argumentieren zu können, ich pack sie in C, und, ähm, ich denke, damit ist man aber auch ganz gut bedient hier mit, äh, Kitty Cat. Dann, als nächstes, ähm, machen wir weiter mit Hover. Hover, äh, ja auch, äh, auf jeden Fall eher neue Generation, äh, ich glaube, mit Dadan immer noch zusammen, oder? Ich glaube schon. Ähm, einiges, äh, starke Songs, Mailbox zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ist die bei My Bay auch drauf? Ich glaube nicht. Ich glaube, My Bay ist nur Dadan. Äh, aber sehr, sehr viele Songs mit Dadan. Ich verbinde sie direkt mit super krassen Musikvideos, also jedes Musikvideo von Hover hat echt krasse Musikvideos, äh, hat echt eine krasse Qualität, ähm, und auch mit deepen Songs, auf jeden Fall mit deepen Songs. Ich hab bis jetzt auch nicht super viel gehört, ich hab jetzt so hier und da mal eine Reaction gemacht, Mailbox zum Beispiel. Ähm, sie ist sehr musikalisch, hat eine sehr, ähm, ja, ähm, sehr coole Voice-Range, eine sehr einzigartige Stimme, finde ich auch, geht sehr oft nach oben, hat aber auch Power dahinter. Ähm, ansonsten, kleines Problem bei ihr, viele Songs hören sich gleich an, vom Aufbau halt, finde ich, gerade auch im Beat-Bereich. Sie hat aber auch hier und da so Ausreißer nach oben, äh, wo es halt wirklich, wo sie von ihrer Geschichte erzählt, von ihren Geschwistern erzählt, von ihrer Mom erzählt, äh, von wie sie aufgewachsen ist, erzählt. Ähm, und diese Tracks fühl ich sehr. Also, das kommt sehr ehrlich rüber, wenn sie so ihre Personality zeigt, wenn sie ihre Geschichte ein bisschen, ähm, widerspiegelt. Und solche Tracks mag ich dann schon gerne. In der Playlist ist bei mir relativ wenig von ihr, ähm, aber sie hat auf jeden Fall krasse Talent und sie wird noch lange, lange, lange dabei sein. Also, ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen mehr Diversity vielleicht haben in den Songs, dass sich nicht jeder Song super gleich anhört und dass es ein bisschen, bisschen Differenzierung gibt hier und da. Äh, ich würde sie jetzt, ähm, entweder in B oder A packen, aber ich glaube, ich packe sie mit in B mit rein. Hava kommt für mich mit in B mit rein, ähm, sie hat eine coole Stimme, äh, sie hat viel zu erzählen und wenn sie sich noch ein bisschen mehr hier und da ausprobiert, ähm, dann kann sie noch eine Stufe nach oben rutschen in A. Aber ich, ich merke schon, ich glaube, B wird so meine Go-To-Kategorie, wenn ich nicht weiß, wohin. Aber ich finde, für Hava ist, ist für mich B ganz gut, ähm, ja, weil da ist auf jeden Fall mehr als Talent vorhanden und ich würde mir halt nur wünschen, dass da ein bisschen mehr in eine andere Richtung nochmal kommt. Dann machen wir weiter mit, ähm, machen wir weiter mit Juju. Juju, der, der, der zweite Part von Sixten quasi, ähm, habe ich wie gesagt zu Sixten-Zeiten nie wirklich gehört, dann hat sie mich aber zu eine Million Prozent abgeholt bei dem Album Bling Bling, das Solo-Album von Juju. Und das ist ein Album, was ich ungelogen immer noch, wo ich mindestens einmal in der Woche einen Song von höre. Also, da sind so krass jetzt drauf. Intro, allein Intro, wie sie abrasiert, ich glaube, meine Reaction ist noch online, dazu wurde nicht gesperrt. Schaut da gerne mal rein. Wow, Bling Bling, Holy Shit, Ultra Strong. Dann, ähm, vermissen ist da auch drauf, mit Henning May zusammen, Bro, die Liebesballade, die wir gebraucht haben. Ähm, da sind super, super, super starke Songs, Sommer in Berlin, Winter in Berlin. Also, es sind, äh, viele, viele, viele krasse Songs, die man sich immer wieder geben kann von ihr. Gerade, also gerade Bling Bling, Bling Bling und Intro zeigt einfach, wie stark Rap-technisch Juju ist. Und das zeigt auch mal den krassen Unterschied, weil Juju ist mehr so in diesen Rap-Bereich und Nura halt mehr in diesen musikalischeren Bereich gegangen. Und ich mag halt diesen Rap-technischen Bereich irgendwie viel lieber. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Das Letzte, was wir hatten, war, wenn du mich siehst, mit Ravka Morat zusammen. Äh, das fand ich, äh, ganz gut. Ganz gut, nicht super strong, aber fand ich ganz gut. Ähm, und, äh, dann hatten wir mit Loredana noch irgendwas zusammen, was mir tatsächlich gar nicht so schlecht, äh, was, was mir gar nicht, äh, so, äh, wie sagt man das? Was ich gar nicht so schlecht fand. So, wobei ich ja Loredana nicht so super, ähm, ähm, strong finde ich immer. Ähm, ja, also für mich Juju auch eines der, der, ähm, Deutsch-Rap-Frauen-Aushängeschilder, muss ich sagen. Ähm, ich, ich wünsche mir einfach mehr Releases. Das ist das Einzige, wo wir uns gerade ein bisschen hapert. Da muss mehr kommen. Ich will ein zweites Album, ich will eine EP, ich will irgendwas haben. Ich hoffe, dass dieses Jahr irgendwas kommt von ihr. Wenn nicht, wäre ich einfach mehr als traurig, weil, also wirklich, das war, Bling Bling war das Album, was ich, glaube ich, mit am öftesten gehört habe und am längsten gehört habe. Irgendwie 2020 kam es raus, soweit ich weiß. Ähm, ich war dann auch noch auf der Tour bei ihr in Hamburg live. Ähm, nee, dann muss es ja 2019 gewesen sein. 2019. Weil, wenn man noch live da hingehen konnte, muss es 2019 gewesen sein. Oder early 2020. Aber ich glaube eher 2019. Ähm, da war auch das Problem, äh, ich habe mich zu spät darum gekümmert. Karten waren alle ausverkauft für Hamburg. Aber dann habe ich ihr geschrieben, ey, kannst du irgendwas klären noch, dass ich vorbeikommen kann? Und dann hat sie mich noch, ähm, mit, also plus, plus eins halt auf die Gästeliste quasi gepackt. Was ich auch super korrekt fand. Ähm, und, ey, sie hat live genauso abrasiert. Also live war es genauso krass. Ähm, ich habe in meiner Insta-Story, glaube ich, noch was könnte, sonst kann ich auch einblenden hier einmal kurz. Ähm, das war wirklich anders krass. Und, ähm, ja, deswegen für mich Juju auch S-Tier. Rap-technisch mein persönlicher Geschmack, aber auch von den, äh, 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 Hits und, ähm, mit dem Album. Einziges Manko, da muss halt noch mehr kommen. Aber ich packe sie auf jeden Fall in S mit rein. Juju, für mich ganz klares Aushängeschild. Ähm, ja, kann für mich in keiner anderen Kategorie als S mit reinkommen. Machen wir weiter mit, äh, auch relativ neu Josie from the Block. Also eigentlich nur Josie, aber sie sagt immer Josie from the Block. Ähm, bei Josie, ähm, sie hat erst vier oder fünf Songs Release, glaube ich. Ähm, und ich habe sie so richtig für mich entdeckt bei dem Kanaken-Remix. Ich glaube, der heißt der Kanaken-Remix von Cello und Abdi. Und, äh, da war sie mit drauf. Und da fand ich sie sehr strong schon. Da hat sie, sie steigt oft einmal Josie from the motherfucking Block. Ähm, sie hat ultra coole Haare. Sie hat so ein Afro, eigentlich, glaube ich. Ähm, und entspannt ihn so krass nach hinten. Macht irgendwie so einen Afro-Zopf draus. Sieht ultra cool aus. Ist ja Aushängeschild. Direkt die Frisur, kennt man sie dran. Und, ähm, ja. Dann habe ich sie jetzt vor kurzem mit Liz zusammen auf, äh, den Track Tokyo. Fand ich sie super strong. Super interessant. Kommt aus Frankfurt. Äh, ist noch sehr jung. Hat aber sehr, sehr großes Potenzial. Und ich sehe da auch sehr, 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 sehr viel. Sie hat einen eigenen Style. Es ist auch hier weniger musikalisch und mehr so diese Straßen-Rap-Schiene quasi. Und, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Also wirklich. Wirklich, wirklich. Wir haben gerade hier viele neue junge Künstlerinnen, die am Start sind. Und, ähm, Josie ist auf jeden Fall eine davon, die mir mit am besten gefällt. Ähm, ey, ich schwanke wieder. Wir hätten eine Kategorie zwischen A und B noch gebraucht, glaube ich. Weil ich bin jetzt wieder am schwanken. Wo packe ich sie rein? Also, sie ist noch sehr, sehr jung. Hat nicht viele Songs draußen. Aber die, die draußen sind, haben mir sehr gut gefallen. Jetzt die Frage, wo packt man sie rein? Was macht man da am besten? Also, ich fände es unfair, sie in C zu packen, aber auch schon fast unfair, sie in dieselbe Kategorie mit Lumara zu packen. Aber ich packe sie auch in B mit rein. Ich packe sie auch in B mit rein, weil, ey, es ist einfach Josie. Josie, so, ich weiß nicht, was an sich, was ich nice finde. Äh, Rap-technisch sehr stark. Ähm, ich hoffe, da kommt noch viel. Ist gerade gut in der Mache. Es kommt alle zwei, drei Wochen irgendwie ein Song aktuell raus oder ein Feature. Ähm, deswegen wir packen sie in B mit rein zu, äh, Celine, Raffi, Lumara und Hava. Josie from the blog. Ähm, checkt auf jeden Fall mal was aus, falls ihr sie noch nicht kennen solltet. Machen wir weiter mit Loredana. Loredana, ich hab eben ja schon angeteasert. Ich bin nicht der größte Fan von ihr. Ähm, von ihrem Charakter weiß man das natürlich nicht. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenn sie nicht persönlich. Hat mir natürlich was mitbekommen in der Presse und so, aber das will ich ihr gar nicht so krass mit reinspielen lassen. Ähm, Loredana, ähm, bin ich, bin ich nicht so introet, muss ich sagen. Es gibt ein, zwei Songs, die ich nice finde. Ähm, es gibt Sonnenbrille, finde ich strong. Debüt-Song, finde ich immer noch sehr, sehr strong. Es gibt, ähm, mit Mero zusammen, tatsächlich. Finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, nicht genau, wie der heißt leider aus dem Kopf gerade. Und der Song mit Juju. Die finde ich strong. Ähm, sowas wie Bonnie und Clyde, ja, läuft halt mal im Club, aber finde ich jetzt auch nicht so super nice. Und ansonsten fand ich ihre Tracks irgendwie nie wirklich ansprechend für mich. Also es ist einfach nicht so die Art von, von Track. Ihre Stimme ist nicht so nice, finde ich. Das Autotune fuckt mich manchmal ab. Es hat mich nie wirklich gecatcht, ja. Ähm, ich will ihr gar kein Talent untersprechen. Sie hat auf jeden Fall Talent, würde ich sagen. Und, ähm, es ist einfach nicht so, nicht so mein Ding. Ich, ich würde es kurz so knackig machen, ich packe sie mit in C rein. Ich würde sie mit in C packen zu, zu Kiddy Cat, ähm, weil ein paar Songs finde ich ganz nice, aber der Rest trifft eigentlich so gut wie gar nicht meinen Geschmack. Deswegen packen wir Loredana mit in C zu Kiddy Cat hinein. Und dann geht's weiter mit, mhm, machen wir Katja. Katja Krasavice. Ist, glaube ich, richtig ausgesprochen, Katja Krasavice. Ähm, bei Katja haben wir auch so ein bisschen das Problem, dass jeder Song so ein bisschen Hit or Miss ist. Ich bin ja gerade in der Album Reaction vom, äh, Pussy Power Album. Und da hab ich auch gemerkt, dass mir ein Song mal richtig, richtig gut gefällt und ich mir denke, Digga, wie gut ist das? Und beim nächsten Song kackt für mich hauptsächlich die Stimmlage irgendwie rein, weil ich hab das Gefühl, ihre Stimme wird hier und da mal nach Belieben abgemischt oder umgeändert, was ich ein bisschen schade und teilweise auch ein bisschen anstrengend finde, wenn die Stimme auf jedem Song, auf dem selben Album sogar, komplett anders klingt irgendwie, was für mich nicht unbedingt sein muss. Ähm, sie hat sehr viele Songs, die ich ultra stark finde. Narben zum Beispiel finde ich super strong. Ähm, sie hat aber auch auf dem, äh, auf dem neuen Album das Intro zum Beispiel. Damn, das Intro super strong. Ähm, da sind aber auch Sachen dabei, die mir dann irgendwie gar nicht gefallen. Pussy Power zum Beispiel, titelgebende Song. Gar nicht mein Taste so, von der Stimmlage her auch. Ähm, SOS hingegen, wieder richtig strong. Also es ist so ein bisschen so, hm, 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 hm. Mal sehen, sag ich mal bei jedem Song, bevor ich reinhöre. Ähm, sie hat sich krass entwickelt, muss man sagen, in allen Punkten. Also wirklich, äh, musikalisch, rap-technisch, ähm, musikvideotechnisch war sie immer schon sehr weit oben. Und, ähm, dafür hab ich Respekt. Auch wie sie aus dem YouTube-Business hier reingekommen ist. Ähm, es ist für mich aber immer noch ein bisschen so, gerade dieses, dieses, ja, die Songs hören sich teilweise sehr, sehr ähnlich an. Ähm, vom Beat her nicht, was ich cool finde. Also beat-technisch ist sie gut aufgestellt, aber es hört sich sonst sehr ähnlich an alles, vom Aufbau her auch. Und halt mit der Stimme ist es ein bisschen kacke irgendwie, finde ich, wenn, wenn auf einem Album die Stimme sich bei jedem zweiten Song ändert oder sich auf einmal ganz anders anhört. Weiß ich nicht. Ist für mich noch nicht so super rund, ja. Und, äh, ich hab auch gemerkt, bei, bei vielen Songs hab ich halt irgendwie so ein Ding, dass ich die entweder super feiere oder halt gar nicht. Äh, deswegen ist es auch hier wieder so ein Hit-or-Miss-Ding. Ähm, ich würde sie gar nicht, gar nicht weit unten ein, einordnen. Ähm, boah, schwer zu sagen. Also entweder packen wir sie auch in B mit rein oder in A. Ja. Ähm, ich würde, boah, ist schwierig, Mann. Schwierig. Also entweder ich würde sie, ne, ich würde sie, glaube ich, mit, ich würde sie mit in B mit reinpacken, weil da zu viele Songs dabei sind, die mir persönlich nicht wirklich zusagen. Wo ich einfach gemerkt hab, ey, ne, das ist es irgendwie nicht. Das ist es nicht so. Packen wir sie mit in B rein. Ich finde, das ist fair. Ähm, weil viele Songs dabei sind, die mir sehr gut gefallen, aber halt auch einige, die mir, die mir gar nichts zu sagen. Dann kommen wir. Wir haben noch drei über. Macht euch gespannt. Wir haben jetzt noch Schwester Ever. Schwester Ever, ungefähr Gleichsproblem wie bei Kiddycat. Ich hab sehr, sehr wenig gehört. Das, was ich damals gehört habe, hat mir gar nicht gefallen. Ähm, und, äh, jetzt neuerdings kam ja gar nicht mehr so viel. Der Track mit Khatar, hab ich eine Raction gemacht, wurde leider gesperrt. Fand ich sie super strong. Da fand ich sie sehr, sehr strong von der Attitude her, vom Rap-Skill her. Und dann kommen wir mit Khatar, vom Soundbild her sehr gut gefallen, Stimme sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aber die früheren Sachen sind einfach auf mir vorbeigeschlittert und hab ich, hab ich halt nie so wirklich wahrgenommen, muss ich sagen. Sie ist natürlich eine legendische Schwester Ever, kennt gefühlt jeder, wenn man den Namen sagt. Ähnlich wie Kiddycat. Ähm, ich würde sie einfach dafür auch mit dem C reinpacken, weil es würde sich falsch anfühlen, so einen großen Namen in D oder E reinzupacken. Und, ähm, der letzte Song, der letzte Release, den fand ich super strong. Ist in meiner Playlist gelandet. Höre ich immer noch sehr gerne, jeden Tag, jeden zweiten Tag. Ähm, ich packe sie mit dem C mit rein, zu Kiddycat und Loredana. Ähm, Ever. Ich denke, da wird sie sich wohlfühlen. Und dann kommen wir zur vorletzten. Shirin David. Shirin David, natürlich auch einer aktuell meiner, äh, Lieblings-Artists, äh, allgemein. Ähm, das neue Album hat alles zerstört, finde ich. Ähm, auch hier krasse Entwicklung, super krasse Entwicklung, ähm, auch aus dem YouTube-Game raus. Ähm, die Features, die sie gemacht hat, fand ich sehr strong. Äh, das mit Luciano, äh, Never Know, einer meiner Lieblings-Songs of all time geworden. Ähm, ey, das neue Album ist super krass. Bubsy-Bass, strong. Ähm, ähm, Man's World, super, super, super strong. Ähm, allgemein auch Stunden davor, Hose Up, G's Down, ähm, 90, 60, 111. Also das sind iconic Songs geworden. Äh, Juicy Money, einer meiner Lieblings-Songs geworden, auch mit Luciano zusammen. Ähm, mit Shindy zusammen, der Song hat mir gar nicht so super gut gefallen. Also war schon strong, aber jetzt im Nachhinein einer, den ich gar nicht mehr so oft gehört habe. Ähm, aber natürlich auch Affalterbach, eine monströse Hook geliefert. Ähm, die Frau ist einfach, äh, angekommen. Der hat sich super entwickelt, finde ich. Ähm, ich lieb's, dass die Dior Sauvage zum Beispiel auch tiefer gehende Songs hat, äh, sich öffnet, Personality zeigt, Geschichten erzählt, Sachen mit auf dem Weg gibt, schlechtes Vorbild zum Beispiel. Wow. Ähm, also da kann ich einen Song nach dem anderen nennen, der mir super gut gefällt, den ich immer noch fast daily höre. Deswegen Stimme David für mich auf jeden Fall S-Tier. Stimme David auf jeden Fall S-Tier. Krasse Entwicklung. Ähm, Shireen kommt ins S-Tier. Dann, als letztes haben wir mit dabei Lizzy Liz. Liz, auch aus Frankfurt, äh, selber Ecke wie, ähm, die, äh, Josie. Und, äh, habe ich auch durch den Kanacken, ähm, Remix von, äh, Cello und Abdi, ähm, für mich entdeckt. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, nicht ganz so gut wie Josie, ähm, weil ich da noch ein bisschen mit ihrer Stimme, also es ist halt noch, sie hat eine sehr trockene, äh, Tiefe und, ja, noch mehr so eine Straßenrap-Stimme und Straßenrap-Attitude, würde ich sagen. Ähm, auf den neuen Song Tokyo. Gefällt mir, sie, gefällt sie mir super gut. Das ist ein bisschen musikalischer gewesen, was sie da gemacht hat, was mir gut gefallen hat. Ähm, schwierig zu sagen. Ich will sie eigentlich gar nicht in C reinpacken. Ähm, na doch, aber ich muss sie eigentlich in C reinpacken, weil, weil dafür habe ich weniger, ich habe weniger von ihr gehört, von Josie. Und, ähm, die Sachen haben mir gar nicht, also haben mir gut gefallen, aber nicht so super gut wie die von Josie. Tokyo, der neueste Release, würde ich, äh, ist auch in meiner Playlist direkt gelandet, würde ich sagen, ist eine 8 bis 9 von 10, hat mir super gefallen. Ähm, aber ich packe sie erst mal in C mit rein. Ich glaube, das ist besser. Ich packe sie erst mal in C mit rein, ähm, weil sie da, finde ich, einfach am ehesten noch reinpasst. Weil sie da am ehesten reinpasst. Und, ähm, ja, dann ist sie mit KittyCat, Loredana und Schwester Eva in einer Kategorie. Und quasi. Ähm, aber ich bin trotzdem recht zufrieden mit der Ausbildung. Ich bin trotzdem recht zufrieden, wie wir das hier gelistet haben. Ähm, wir haben jetzt im S-Tier Bad Moms J, äh, Yuyu und Shirin David. Im A haben wir nichts. Im B haben wir Celine, Rote Muzerafi, Lumara, Hava, Josie und Katja. In C haben eine KittyCat, Loredana, Schwester Eva und Liz. Und in D haben wir Nura. Und in E haben wir nichts. Ähm, ja. Es ist jetzt ein bisschen sehr auf B und C hier umgeschwungen. Aber ich glaube, es war trotzdem relativ interessant, dass ihr bei allen mal so meine Einschätzung haben könnt. Ähm, also ich habe jetzt hier nicht nur nach, äh, gewertet von wegen, ey, die mag ich, die mag ich nicht oder die finde ich gut, die finde ich schlecht. Sondern eben auch nach Potenzial. Welche Songs habe ich gehört? Wie viele haben mir gefallen? Wie viele nicht? Ähm, viel meine eigene Meinung. Und bei vielen habe ich halt leider zu wenig gehört. Wie bei Liz zum Beispiel, bei Eva, bei KittyCat. Meinetwegen auch bei Loredana oder, äh, auch bei Josie, bei Hava. Habe ich hier und da zu wenig gehört, um das, äh, richtig super gut beurteilen zu können. Aber, das war jetzt so einfach der Eindruck von den Sachen, die ich gehört habe. Und es war jetzt mal ein langes, cooles Labervideo für zwischendurch, denke ich mal. Ähm, lasst mir hier unbedingt Feedback da, weil das jetzt wirklich einfach so rough gelabert war, ohne Vorbereitung wirklich einfach runtergerattert. Vielleicht fürs Schminken nebenbei, zum Readymachen, zum Essen nebenbei, zum Zocken nebenbei, keine Ahnung, was er nebenbei gemacht hat. Aber, sowas öfter machen, ja, nein, vielleicht. Soll ich noch mehr Anekdoten und Storys nebenbei erzählen? Ja, nein, vielleicht. Oder weniger. Ähm, und was für Kategorien wollt ihr noch haben, wenn dieses, äh, Format Bestand bleiben sollte. Es ist jetzt alles sehr experimentell hier und, äh, ich wollte einfach mal was Neues probieren, weil ich Bock habe, so Labervideos zwischendurch mal rauszuhauen. Deswegen lasst mir da unbedingt Feedback da. Wirklich wichtig, auch wenn es so schlecht ist, wie es sein sollte, dann ist es eben so. Ähm, ich bin einfach mal gespannt, ob und wie sowas bei euch ankommt, ähm, weil ich solche Videos selber sehr, sehr gerne gucke. Ähm, ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt es überlebt, meine Laberei. Äh, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und Bis zum nächsten Mal. Tschau.